Nächste Station, Bronyburgstraße, Umsteigemöglichkeit zur Bus 39, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Untertitelung des ZDF, 2020 Nächste Station, Tierwald-Zittler-Straße, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bronyburgstraße, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bronyburgstraße, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bronyburgstraße, Umsteigemöglichkeit zur Bus 34, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Nächste Station, Bronyburgstraße, 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 Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Vielen Dank.